Wie man Achtsamkeit im Alltag praktiziert Es gibt eine Reihe von Situationen im Alltag, in denen sich die Praxis der Achtsamkeit als nützlich erweisen kann. Wir können sie zum Beispiel üben, um unseren Tag zu beginnen, indem wir uns unseres Körpers bewusst sind und wissen, wie es sich anfühlt, aufzustehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.intuition.ch Wir können sie auch praktizieren, um Musik zu hören, ohne andere zu unterbrechen. Indem wir unsere Aufmerksamkeit zurück in die Gegenwart lenken, können wir die Klänge und das Gefühl der Musik genießen. Beim Achtsamkeitstraining lernen und üben sie eine einfache, aber wirksame Methode der Meditation. Sie müssen sich einfach nur hinsetzen und sich über längere Zeiträume auf die Atmung konzentrieren. Sie können diese Praxis so oft üben, wie sie möchten. Eine andere Möglichkeit, Achtsamkeit zu üben, ist die Praxis des offenen Gewahrseins, die ihnen hilft, in jeder Situation präsent zu bleiben. Oft hetzen wir durch unseren Tag und nehmen uns nicht die Zeit, innezuhalten und unser Handeln zu überdenken. Wir reagieren vielleicht auf eine Situation oder fühlen uns aufgeregt. Wenn wir jedoch achtsam sind, sind wir in der Lage, unsere Handlungen zu bemerken, ohne uns in dem zu verlieren, was wir zu tun glauben. Achtsamkeit kann die Qualität ihres Lebens und ihrer Beziehungen verbessern. Sie hilft ihnen, sich aus negativen Spiralen wie täglichem Stress, schlechter Laune und Grübeln herauszuziehen. Sie hilft ihnen auch, belastende Erlebnisse tiefer zu verarbeiten und sie ins rechte Licht zu rücken. Was sind die Vorteile von Achtsamkeit im Alltag? Achtsamkeit im Alltag ist eine Praxis, die hilft, kognitive, emotionale und soziale Fähigkeiten zu verbessern. Es hat sich auch gezeigt, dass sie die exekutiven Funktionen verbessert, die unsere Aufmerksamkeit steuern, unseren Fokus wechseln und Informationen organisieren. Studien legen auch nahe, dass Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, einen niedrigeren Blutdruck haben. Diese Praxis kann noch weitere Vorteile haben, wie zum Beispiel die Verringerung von Ängsten. Eine Studie ergab, dass Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, den Spiegel von Entzündungsmarkern wie dem C-reaktiven Protein senken. Höhere Werte dieses Markers können sich negativ auf die körperliche Gesundheit auswirken. Außerdem kann Achtsamkeit das Immunsystem verbessern. Einige Forscher fanden sogar heraus, dass Menschen mit Rheumatoider Arthritis, die Achtsamkeitsmeditation praktizierten, einen niedrigeren Spiegel dieses Proteins aufwiesen, was ein Zeichen für eine verbesserte Immunreaktion ist. Achtsamkeit ist eine Praxis, die Menschen lehrt, ihre Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu richten. Sie hat keine feste Zeit oder Formalität und ist eine Lebensweise, die die geistige Gesundheit verbessern kann. Sie kann sogar helfen, mit Schmerzen umzugehen und unangenehme Gefühle zu akzeptieren. Achtsamkeit ist eine hervorragende Möglichkeit, die Qualität ihres Lebens zu verbessern, und viele Studien zeigen, dass sie sogar bei chronischen Gesundheitsproblemen helfen kann. Mit Achtsamkeit Bewusstsein und Konzentration erhöhen? Den ganzen Artikel, wie man Achtsamkeit im Alltag praktiziert, mit verschiedenen Videos, finden Sie auf www.intuition.ch. Einfach den Link unter dem Video anklicken. www.intuition.ch.m. Untertitelung des ZDF, 2020